Du bist nur wie ich, John! Du kannst nicht verändern, wer du bist! Ich bin nicht wie du! Das stimmt mittlerweile auf jeden Fall nicht mehr, das können wir auf jeden Fall schon mal so stehen lassen, weil er macht das ja nicht für sich, John, er macht das ja für seine Familie Und das soll wirklich, wenn das stimmt, so eine Prostituierte heiratet, die mit jedem in der Bande Sex hatte, das ist, boah, boah Das heißt schon einiges, wenn man da als Mann trotzdem sie lieben kann, dann muss man schon ein großes Herz haben, irgendwie Und es muss schon was Besonderes sein Was jetzt nicht heißen soll, dass Prostituierte schlechte Menschen sind, aber es ist ja immer so, für manch einen Mann ist das natürlich immer so im Hinterkopf Oh, die hatte schon so viele und so, ihr wisst, wie ich das meine Jungs, die alt genug sind für dieses Thema, die wissen sicherlich, wie ich das meine Und der eine kann das, der andere nicht, ne? Ja, also... Hallo, Dutch Du bist hier so, wie ich bin Ich habe einen Plan, John Du hast immer einen Plan, Dutch Das ist ein guter Ich habe mich nicht Ich habe mich nicht Willi nicht immer ermöglicht, John Wir können immer schmerzen,öne Wir können nicht Willi nicht Wir können nichts Ich war immer, alles was wir Wurr Dann Du hast Aber ich kann nicht N!... Ich kann nicht Das ist ein Paradox, John. Du siehst? Dann muss ich dich schrauben. Wenn ich weg bin, sie finden einen anderen Monster. Sie müssen, weil sie ihre Wagen haben müssen. Das ist ihre Arbeit. Unsere Zeit ist vorbei, John. Also, in der Endeffekte, du hast nicht die Gute zu schießen. Der Mann ist tot, Ross. Natürlich. Kann ich sehen? Ich glaube, es sieht besser aus dem Report. Wo ist meine Familie? Deine Frau wurde getötet in einem Krieg in der Kirche. So... Ich bin nur schrecklich, dein Mann. Sie wurden zurückgebracht zu diesem Schraubel Ranch in Beecher's Hope. Sie sind ziemlich sicher und sicher. Sie sollten besser sein. Vielen Dank, Herr Marston, für alles. Ich weiß, dass das nicht einfach für dich ist, aber ich muss sagen, dass du dein Land stolz hast. Ja, genau. Wir sehen uns wieder, John. Wir versuchen, zu bleiben. Komm, Archer. Wir suchen jemanden, den wir uns anziehen können. Wir suchen jemanden, den wir uns anziehen. Wir suchen jemanden, den wir uns anziehen. Da. Das machen wir. Und, ähm... Ihr habt schon ein bisschen gehört, das Lied. Ähm... Wir genießen jetzt einfach mal den Ritt nach Hause. Das ist schon auf jeden Fall ein Gänsehaut. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. ja... Na nah 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 nah. Na nah 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 naaaaah. Laah. Na nah nah. Laah... Laah. Laah. Schon drauf. Ey, das ist wieder so ein Moment. Das zeigt einfach, dass das Spiel echt sehr geil ist Jetzt kommt der Moment, für den wir jetzt die ganze Zeit gekämpft haben John sieht seine Familie wieder Die Rückkehr des Gesetzlosen Wer hat jemand nach Hause? Oh, meine Frau Ich habe nie gedacht, dass ich diese Zeit wiedersehen Du, keine guten Helle-Bille-Bille Ich dachte, dass du tot bist! Ich dachte, dass du tot bist, John! Wo hast du? Wo hast du? Du kennst, meine Frau! Du kennst! Du kennst! Du kennst dich, hast du? Ja, ich kennst ihn Und Bill? Ja, ich kennst ihn auch Und du hast ihn nicht zurückgezogen Ich habe diese Leben, einfach wie du hast deine Wie sie dich behandeln? Ich kann mich selbst auswählen, John Ein Mann hat mich lustig gemacht, aber ich war nicht so Frau, und er hat mich wieder versucht, oder niemand anderes Wie war der Junge? Wie du? Wie ich... Wie ich... Er ist wie ein Kind, ohne Vater Das ist nicht fair Was ist fair? Well, ein paar Bäume flühen, andere sterben. Einige Brüder werden stark, andere sind durchgezogen. Einige Brüder werden und zufrieden, und zufrieden, und zufrieden, und zufrieden, das ist nicht fair, du kennst das! Wir haben versucht, zu verändern, aber ich glaube, das ist das, was du sollst machen. Wir haben verändert, und jetzt ist es vorbei. Wir haben noch ein paar Jahre lang. Jack! Jack, kommen hier, Hallo, Sir. Komm her. Wie haben Sie? Coyotes haben alle die Küchen, und die Potschern nahm die Küchen. Ich versuchte, Vater. Ich versuchte. Ich versuchte, Vater. Ich versuchte dich. Ich versuchte mich. Ich versuchte mich. Ich versuchte mich. Ich versuchte niemanden, aber seitdem du noch ist, gibt es vier Potschern. Und keine Küchen. Das ist ein schönes Weg, zu begrüßen jemanden. Ich versuchte mich nicht zu warm und entschuldigen. Ich versuchte dich, dass ich nicht ein Blatt in dich, du entschuldigen. Du solltest du nach dem Ort. Ich versuchte mich. Ich versuchte mich. Es war zu viele von ihnen. Ich dachte, du bist tot. Ich war nicht trinken. Ich versuchte dich, bis du herausfühst, welchen wir benutzen. Jack, geh'n Schrauben, Papa. Wir haben Arbeit, wir sind in der Morgen. Wir gehen. Ja, Herr. Wo geht's? Es wird jetzt ein bisschen kürzisch, aber in der Morgen müssen wir uns noch mehr Kattel holen. Ich habe Freunde von McFarlane. Es ist in Hittigan Stead, der kann uns etwas verkaufen. Jetzt, Abigail. Ich hoffe, dass du lernenst. Ja. Ich habe nicht gesagt, was ich nicht gesagt, dass sie mich in eine kürzische Kirche in einer kürzischen Kirche für junge Mädchen haben. und wir gehen. Ich halte teilweise wieder über meine Kürzchen. Wir gehen. Ich halte dich, dass sie noch nicht mit einem Kürzchen sind. Wieϋ invested in die Kürzchen? Gut Das war also jetzt der Moment Sehr herzlich Naja eigentlich Man merkt schon Dass sie sich sehr sehr lieben Aber Sie ist auch eine starke Braut Auf mir fallen Das gefällt mir Finde ich immer gut Wenn die Frauen Auch Stark sind Und der John ist sowieso Das ist ein cooler Typ Ähm Ich mache jetzt hier Aber glaube ich erstmal Schluss Wie ihr merkt Wir haben jetzt unsere Familie zurück Aber es geht natürlich noch ein bisschen weiter Und ähm Ja ich hoffe ihr seid da Dann wenn es beim nächsten Mal weitergeht Dass ihr da auch noch dabei seid Würde mich freuen auf jeden Fall Ich bedanke mich fürs Zusehen bei euch Und Ja Haut rein Bis zum nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss Und Tschüss � Tschüss